Hangball-WM Bundestrainer Christian Prokop hat den Lemgürt im Sutton für die entscheidende Phase der WM nach nominiert, und wird für die Entscheidung von einem Ex-Weltmeister gelobt. Bundestrainer Christian Prokop hat auf die schwere Verletzung von Spielmacher Martin Strobl reagiert. Für ihn rückt im Sutton in den deutschen Kader. Der 22 Jahre alte Rückraumspieler vom TBV Lemgürt bereits im abschließenden Hauptrundenspiel gegen Europameister Spanien am Mittwoch, 20.30 Uhr, im live-decker-beite-online.de, auflaufen. Dies teilte Prokop auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Köln mit. Die Überlegung war noch von kurzer Dauer. Wir sind überzeugt, dass er uns weiterhilft, sagte Prokop. Turnier aus, Martin Strobl rutschte früher im Spiel gegen Quartienweg und zog sich eine schwere Knieverletzung zu. Quelle, Wolfsportfoto-Imago Die WM ist für Sutton seine Turnierpremiere. In bislang acht Länderspielen erzielte er zwölf Tore. Wenige Tage vor der WM war Sutton noch aus dem Kader gestrichen worden, als das Team von 18 auf 16 Spieler verkleinert werden musste. Ex-Weltmeister Henning Fritz sagte t-online.de zur Nachnominierung, Tim ist individuell ein sehr guter Spieler, der sich in Lemgürt zu einem Führungsspieler entwickelt hat. Ich halte das für eine gute Entscheidung, ihn zu nominieren. Als exakten Ersatz für Strobl sieht Fritz den Nachrüger aber nicht. Er ist kein klassischer Stratege wie Martin Strobl, hat dafür eine höhere Durchschlagskraft, was das Wurfverhalten angeht. Tim hat einen großen Drang, in die gegnerischen Lücken zu stoßen und so zum Abschluss zu kommen. Das gibt dem deutschen Team eine neue Variante im Offensivspiel. Strobl hatte sich am Montagabend in der Partie gegen Quartin, 22.21 Uhr, das vordere Kreuzband und das Rennenband im linken Knie gerissen und war am Dienstagmorgen abgereist. Der Rückraumspieler vom Zweitligisten HBW Balingen-Waldstetten, der erst im Herbst von Prokop für die Nationalmannschaft reaktiviert worden war, gehörte im bisherigen Turnierverlauf zu den Leistungsträgern. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team